Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn Sie von weit daher gekommen sind, haben Sie heute mit Sicherheit auf der Straße eins erlebt. Dieses Erlebnis ist so selbstverständlich, dass es gar nicht mehr auffällt. Es gibt eine Ampel und eine Ampel auf Rot heißt halten. Und wissen Sie, wo die Ampel herkommt, ihren Ursprung hat? Im ewigen Licht. Von den Altarlampen, die die Gegenwart des Herrn bezeugen, dem ewigen Licht, kam das Rot in die neuen Ampeln. Denn das Rot am Altar bedeutete Halt. Hier darfst du nicht vorbeigehen, hier musst du dich hinknien. Und wenn Sie so wollen, sind die zweiten Festtage immer Ampeltage. Denn sie bedeuten auf die Knie Halt, einhalten. Nicht sofort in den Alltag rutschen, sondern erstmal bitte nachdenken. Also, Halt! Und Halt, hier bin ich. Wenn Sie jetzt auf das ewige Licht schauen, wir haben hier sogar zwei, auf das ewige Licht schauen und dann mal überlegen, in wie vielen Kirchen waren Sie schon, wo Sie länger nach dem ewigen Licht suchen mussten. Wo man fast den Eindruck hat, das Allerheiligste wird versteckt. Der Terminakel steht irgendwo in der Ecke. Da haben Sie genau das Problem heute. Wenn aus den Kirchen Multikulti-Hallen werden, wenn aus der Heiligen Messe dem Heiligen Messopfer ein liturgisches Event wird, warum soll man dann noch anhalten und niederknien? Rot heißt niederknien. Rot heißt Halt. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat die rote Farbe. Die roten Feuerzungen über den Häuptern der Apostel und Mariens. Deuten an, da ist jetzt was passiert. Und jedes Mal, wenn Sie das Rot einer Ampel sehen, sollten Sie sich nicht ärgern, dass Sie warten müssen, sondern einfach daran denken, das ist die Feuerzunge, die eigentlich für mich bestimmt ist. Was mache ich mit dieser roten Feuerzunge in meinem Leben? Der rote Punkt in meinem Leben. Sammle ich Flensburger Punkte? Sammle ich Strafpunkte auf himmlischen Konten? Oder lasse ich mich von der Feuerzunge entflammen? So könnte jede rote Ampel eine Meditationshilfe werden. Mit der roten Ampel den Heiligen Geist in ihr Leben lassen. Denn die Ampel kommt von der Ampel. Gibt es übrigens erst seit 1912 Verkehrsampeln. Sie regeln den Verkehr und sie regeln, wenn sie sich richtig befeuern lassen, ihren Weg in den Himmel und ihren gelungenen Weg im Alltag. Denken Sie dran. Rote Ampel heißt, nachdenken, kurz nachdenken über den Heiligen Geist. Was macht er mit mir? Wie viel Raum gebe ich ihm? Und dann können Sie den Fuß von der Bremspedale lassen. Denn dann ist grün und Sie können weiter. Ich wünsche Ihnen auch in Ihrem Leben und in Ihrem Alltag die freie Fahrt und die Gnade Luft zu holen bei Rot. Rot ist kein Verbot. Rot ist eine Chance. Rote Ampel bedeutet, hallo, der Heilige Geist sucht Verbindung zu Ihnen. Gott helfe Ihnen. Amen. Gott helfe Ihnen. Ich erfrache Ihnen. Erら сб который ich würde mich würde. Dann würde ich Sie es wohl. Der Sc Soc. tighten will ich eine Chance.